Sonja Roger. Hoi Thomas. Als ich mir den Namen schaue, kann ich vorhin sagen Silagi. Ja, ich kann es eigentlich selber nicht richtig aussprechen. Wenn es Z sagt, ist es Ungarisch, oder? Ja, es ist Ungarisch. Wenn es Z sagt man ja nicht, wenn es Z ist und nur S wäre Sch. Genau, richtig. Und hinten sagst du eigentlich Sch. Ah, gut. Aber ich kann es jetzt ein wenig eingedeutscht. Ja, wo? Ich sage auch Silagi. Genau, es ist auch egal, wie wir es sehen. Ja, genau. Wichtiger ist das Winterpix. Ja, darum habe ich auch die Domäne genommen, oder? Weil Silagi.com kann niemand richtig schreiben. Da hättest du relativ Mühe gehabt, um es den Leuten durchzusprechen. Ja, von dem ist Winterpix relativ klar. Du kommst von Winterthur. Ja, richtig, ja. Du tust. Ich habe mir überlegt, was dein Thema ist. Oder kannst du eigentlich Winterthur dokumentieren? Ja, das ist richtig, ja. Also du machst... Wie lange wohnst du da? Bist du dort aufgewachsen? Nein, nein, ich bin nicht dort aufgewachsen, aber ich wohne jetzt etwa 15 Jahre in Winterthur. Und die Fotografie steht seit... Seit 2013. Also fünf Jahre? Ja, sind es dann sechs Jahre. Und wie lange machst du es noch? Ja, es ist offen, offen. Es ist offen. Also bis jetzt habe ich immer noch Lust. Ja, das ist ein gutes Thema, darüber reden wir wahrscheinlich noch. Ja, ja. Nein, ich habe mir überlegt... Ich wohne ja seit 47 Jahren zu Zug. Und wenn ich jeder... Wenn mir einer mit Fifi eine Kamera geschenkt hätte, mir das kurz erklärt hätte, jedes Jahr einen Film gegeben hätte, du musst immer am Geburtstag den Film durchfotografieren... Das wäre sensationell, wenn das könnte, über so eine lange Zeit machen. Nur kommt einem das nicht mehr im ersten Mal nachhinein sehen. Ja. Ja, ja. Also... Ich weiss nicht, was ist dein Anspruch? Also du bist 54, gelernter Grafiker. Ja. Du verkaufst Bilder bei Keystone, hast die Idee gehabt, im Prinzip im Winter zu fotografieren. Wie kommt man auf so eine Idee? Weil viele Leute wollen möglichst weit reisen und möglichst irgendwie dort hingehen, wo alle anderen nahe gehen. Und du bleibst in einer... Ich sage, es ist keine langweilige Stadt. Aber es ist immer den gleichen Ort zu sein, finde ich eher unspannend. Wieso das? Ja, weil genau das hat mich eben gereizt, oder? Also da sind ein paar Sachen zusammengekommen damals. Einerseits habe ich Bilder gesucht von Winterthur als Grafiker in einer Agentur und habe gesehen, es gibt zu wenig gute Bilder, oder? Ja, das ist interessant. Dann habe ich auch mal die Postkarte angeschaut, und dann habe ich auch gefunden, oh, das sind langweilige Bilder. Es hat zwar einen Fotograf, der schöne Bilder gemacht hat, aber diese Postkarte hat es schon mega lang gegeben. Ja. Und dann ist noch dazu gekommen, Systemkamera, so hat mich dann angefangen zu interessieren. Also eine Kamera, die man eigentlich immer dabei haben kann, die nicht so schwer ist. Jawohl. Recht gute Qualität. Ja, und dann wollte ich auch noch mein Hobby ein bisschen ändern. Ich habe einfach etwas Neues gesucht, bin auf 80% zurück im Job. Ja. Und dann ist das alles ein bisschen zusammengekommen, und aus dem heraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, eben weil es nicht so viele Bilder hat von Winterthur. Ich habe dann mal Zürich gegoogelt, oder mal ins Archiv geschaut, da hat es natürlich viel, viel mehr Foto genommen. Und auch gute Qualität. Klar, ja. Und ich fand, jetzt muss man dem ein bisschen abhelfen. Ja. Also hast du eine Lücke gefunden, und hast dich füllen, und hast angefangen. Ja. Der Vorteil ist natürlich, wenn du dort wohnst, dann nimmst du einfach die Kamera und statt spazieren, einfach fotografieren. Und es ist ja auch schön zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter, und man sieht immer irgendetwas. Mhm. Ich fand einfach Mühe, wenn ich bei mir jetzt Zugfoto, ich habe mir jetzt auch überlegt, ich wollte das nochmal machen. Mhm. Ich glaube, wann haben wir uns zuerst mal getroffen? Ist das zwei oder drei Jahre? Zwei, drei Jahre. Und dann habe ich mir überlegt, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Und die Schwierigkeit ist halt, an einem Ort zu fotografieren, wo man schon seit ewig, eh und je zuhause ist, dass man dort noch den anderen Blick sieht, weil du willst schon nicht, wobei wenn es nichts gibt, kannst du natürlich alles fotografieren, aber die Zug sind zwar die normalen Spots, die du schon fotografiert, und die willst nicht auch noch einmal zeigen. Also wie findest du, oder wie machst du das Spagat zwischen langweiligen Postkarten-Motiven, so wie man es eigentlich kennt, zu einem interessanten Blickwinkel, wo er vielleicht noch ein bisschen künstlicher Anspruch hat? Ja, irgendwie musst du ja beides machen, weil du willst schon alles so ein bisschen abdecken. Ja, also am Anfang war es ja mehr so ein Konzept gewesen, oder? Und ich wusste noch nicht, wie es rauskommt. Ja, wo? Ja. Ja, eigentlich, ja, jeden Mist habe ich fotografiert, oder? Ja, natürlich. Ich bin einfach reingegangen, und dann habe ich dann plötzlich mal ein Foto gemacht, und ich dachte dann, wow, da habe ich jetzt noch nie gesehen, so einen Anblick von Winterthur. Ja. Ja, oder der kennt wahrscheinlich auch nur die, die in Winterthur wohnen, aber für die machst du das ja eigentlich auch. Ja. 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 Ja, das ist natürlich auch ein anderer Punkt, du kannst dort raus raus, weil eben, es suchen sicher noch andere Bilder von Winterthur. Mhm. Und ja, wenn ein Agentur das Bild von Winterthur sucht, und es bei dir findet, und das Gute ist, dann sind sie aber auch etwas dafür zu zahlen, denn heute hat keine Zeit, die Bilder selber zu machen. Mhm. Ja. Wir schauen euch mal das Bild an. Mhm. Ich kenne mich nicht aus zu Winterthur, aber ich sehe, da geht es fast ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, es ist mehr so ein bisschen, nein, es ist kein Landschaftsbild. Also die, die Winterthur kennen, kennen sich das Hochhaus. Ja. Und es ist auch eine ganz andere Perspektive, wo wahrscheinlich ein anderer, der ein Postkartenfoto gemacht hätte, wahrscheinlich nicht so aufgenommen hätte, würde ich sagen. Aber ich denke, je nachdem, was man für eine Geschichte erzählen möchte, oder was für das Bild, das man braucht, ist das sicher ein ansprechendes Bild, als einfach nur die Stadt drauf haben. Was ist die Geschichte hinter dem Bild? Ja, das ist jetzt gerade eines der ersten Bilder, wo ich so das erste Mal gedacht habe, wow, das ist jetzt noch spannend. Mhm. Es ist natürlich eben ein bisschen effekthascherisch. Ich habe es recht weitwinkelig fotografiert, die Sonne, die da entgegenkommt. Und das habe ich interessant gefunden, dass eigentlich das Licht durch das Sulzerhochhaus durch die Fenster durch erscheint. Ja, und dann habe ich da ein paar Fotos gemacht und dann bin ich einmal mit der Kamera ein bisschen weiter runter. Und dann habe ich gefunden, ja, es ist so ein bisschen eine Stimmungsform mit dem Gras im Vordergrund. Ja, das Bild ist zum Beispiel jetzt auch als Wandbild in einem Geschäft ganz gross aufgestellt. Ich habe dann noch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn es so grosse Grisse hat an der Wand. Aber es sieht gut aus. Ja, aber für das ist es natürlich geeignet. Du wolltest nicht unbedingt das Stadtbild haben. Du wolltest vielleicht ein bisschen grün haben, aber trotzdem irgendetwas aus Winterthur und nicht irgendwo aus dem Urwald. Sondern der Bezug zu der Stadt ist natürlich auch interessant. Ja, eben einer meiner inneren Slogans ist auf und zu Hause, oder? Statt auf und zu Hause. Genau. Statt auf und zu Hause. Wo ich leben und fotografiere. Und ja, eben das ist jetzt eines der ersten Bilder, die ich gefunden habe. Das habe ich auch viele Likes bekommen. Ja, es ist ansprechend. Das ist super. Aber interessant ist, er hat dann versucht, das auch mal wieder zu wiederholen. Das geht nicht. Ja. Das ist mega schwierig. Aber ja, du musst ja auch nicht die Bilder wiederholen. Aber es ist natürlich genau in dem Moment genau die Stimmung, genau das Licht. Ja. Ich weiss mal, wenn man in einem Fotokurs ein Bild nachfotografieren musste. Das ist totaler Blödsinn. Das geht einfach nicht. Es geht nicht. Es hat zu viele verschiedene Faktoren, die einfach drin spielen. Also versuchen, etwas selber zu kreieren. Also die Übrigen, etwas komplett Neues zu machen, als etwas nachher zu fotografieren. Willi Gägelicht? Ja, das ist so, was ich gerne. Das ist in einem Park irgendwie hinten dran. Ja, genau. Das ist bei der Eulachhalle hinten. Das ist auch in der Nähe, in der ich arbeite. Da bin ich am Morgen einfach unterwegs gewesen. Zu der Arbeit. Und da habe ich irgendwie gemerkt, da hat es eine kleine Nebelstimmung in den Bäumen. Und dann bin ich dort auch nicht gelaufen und habe einen kleinen Umweg gemacht. Ja, und dann habe ich einfach zufälligerweise gerade die Sonne durch den Nebel durchgebrochen. Und dann habe ich halt abgedockt. Und ja, das ist auch eines meiner Lieblingsbild. Wie häufig drückst du ab? Und wie viel kannst du daraus brauchen? Ist das schon noch schwierig? Ja, ich drücke nicht so viel ab. Also… Du weisst schon, wenn es jetzt gut oder nicht gut ist. Ja. Also man ist ja nicht mehr in dem Stadion, wo man einfach überall abdruckt und dann nachher raussucht, sondern man sieht schon bevor man abdruckt, ob es etwas wird oder nicht. Oder ob es sich lohnt. Ja, also jetzt in dem Beispiel habe ich vielleicht ein-, zweimal abgedruckt. Ich habe einfach geschaut, wie es liegt. Also wenn ich jetzt da mit der Kamera hin und her gehe und jetzt erspiele mit dem Licht. Also wenn ich jetzt hinter dem Baum stelle, hätte es noch anders ausgesehen, als die Sonne hinter dem Baum. Und so probiere es, schaue ich durch den Sucher und dann drücke ich ab. Also ich bin nicht jetzt der, der stundenlang… Und du gehst auch in drei oder vier Monaten hin, bis es perfekt ist. Und du läufst herum, siehst etwas… Eben. Das ist das mit dem Repetieren. Das ist schwierig. Es ist einfach gerade diese Situation. Also am liebsten habe ich es, wenn ich irgendwo um die Ecke komme. Ja. Und dann habe ich selber ein Wow-Erlebnis. Jawohl. Und dann musst du aber noch ein Bild machen. Ja. Du bist immer dabei, die Kamera logischerweise. Ja, immer dabei, ja. Ausser dein Bett. Ja, da musst du ja keine Bilder machen. Das interessiert auch niemand. Ja. Das ist die Altstadt. Aha. Das ist auch so ein Weitwinkelbild. Im Moment komme ich von dem ein wenig weg. Das ist auch so eine Entwicklung. Ja, logisch. Dann ist man Lust auf Weitwinkel, dann hat man wieder Lust auf Zoom. Wie viele Millimeter? Du fotografierst mit Olympus Micro Four Third, also Crop Factor 2. Ja. Ja, der Techniker weiss jetzt nicht mehr so genau, was ist. Ich glaube sogar so eine Kamera, die ich da brauche. Stimmt. Aber es ist sehr weitwinkelig. Ja. Ja, so ändert man seine Vorgehensweise. Weil man sich auch andere Interessen hat. Am Anfang möchte man vielleicht möglichst viel darauf bringen. Und irgendwann wird es sich dann entsprechend ändern. Ob Leute darauf sind oder nicht? Interessiert dich nicht. Ich komme noch ein Schreibfotografie. Ja, ja. Ich brauche eher einige Leute darauf. Ja, das ist eine gute Frage. In dem Sinne. Für mich sind die Leute mehr Statisten. Wobei, wenn jetzt gar niemand darauf wäre, wäre ich ja auch nicht. Dann wäre es ja einfach eine tote Stadt. Eben. Du willst ja so ein wenig Leben zeigen. Ja, genau. Schon auch. Also willst du irgendeine Stimmung überbringen? Ja. Von dem man braucht es ja schon ein wenig Leute. Ist das ein Problem, wenn die Leute darauf sind, für dich zum Bilder zu verkaufen oder zu publizieren? Willst du die jeweils nachher fragen? Nein, ich frage nicht. Aber ich schaue einfach, dass man die Leute nicht unbedingt sofort erkennt. Also die Person würde sich wahrscheinlich jetzt kennen, wenn sie selber das Foto sehen würde. Schon. Aber das ist jetzt noch kein Problem vom Gesetz her, dass man sich zu gut erkennt. Das ist auch mehr ein Beinwerk in dem Sinne. Das ist jetzt das Hauptmotiv. Eben. Und wie gesagt, ich versuche sie als Statisten einzusetzen. Es sind einfach in dem Sinne Personen. Es sind nicht Menschen, die mich in dem Sinne als erstes interessieren. Nein. Es gibt Menschen, die in der Stadt leben. Nein. Genau. Sie sind eigentlich Bewohner von Winterthur. Genau. Bist du täglich mit der Kamera unterwegs? Ja schon. Also ich arbeite an Winterthur. Ich habe zwei Jobs in Winterthur. Du pendest dann? Also bist du mit dem ÖV unterwegs? Mit dem Fuss. Mit dem Velo nicht. Da fährt man an allen Sachen vorbei. Ja, mit dem Fuss. Das ist schon wichtig, dass man rausgeht. Mit dem Auto kann man auch nicht fotografieren. Also man muss wirklich zu Fuss rumlaufen und die Sachen sehen. Ja. Aber dann musst du auch immer einen anderen Weg gehen wahrscheinlich. Der direkte Weg von zu Hause zum Büro ist wahrscheinlich dann irgendwann langweilig. Nicht unbedingt. Ich habe noch gerne den Gleichweg und dann gibt es verschiedene Situationen. Lichtstimmungen. Und Personen, die sich im Raum bewegen. Es ist wie eine Bühne. Oder die Kulisse und da passiert immer etwas. Ein bisschen. Ja, es passiert ja schon immer etwas. Wobei das Motiv oder eben die Bühne ist immer das Gleiche. Also sagen wir mal, die Kulisse ist immer gleich. Es sind einfach immer andere Darstellen, die herum sind. Ja, natürlich freue ich mich dann, wie das über die Zeit sich entwickelt. Wenn dann du weiter fotografierst. Ob das nicht irgendwann dann langweilig wird. Da sehen wir einen Brunnen wahrscheinlich, oder? Das ist ein Brunnen, ja. Das sieht aus wie ein Segen. Ja, klar. Du hast ja eine riesengroße Haus. Das ist wahrscheinlich nur halb so gross, wie er aussieht. Oder noch weniger. Ja, genau. Blaue Stunde oder schon Nacht? Ja, das war blaue Stunde, ja. Ja, das ist natürlich schon. Eben, solche Sachen sind schon cool von einer Stadt. Weil solche Bilder siehst in einem Postkarten oder so, siehst du echt selten. Das ist selten. Ja, ja. Entweder sind die Postkartenfotografen nicht so kreativ, oder sie versuchen einfach möglichst gleichmässige Bilder zu machen. Ja. Aber so etwas finde ich jetzt ist viel attraktiver. Ich weiss nicht, wie eine normale Postkarte kommt. Du verkaufst noch Postkarten, oder? Ja, genau, ja. Kann man nachher schauen, also sieht man noch ein bisschen, hast du jetzt verkauft oder einzeln? Einzeln. Kann man jetzt noch in den Trend schauen, was die Leute so ein bisschen anspricht? Dann könntest du auf die Demos nachher sagen, was müsste ich mehr fotografieren? Ja, ja. Also je kitschiger, je mehr wird es verkauft. Das ist jetzt einfach so. Aber ich stehe dazu also. Ja, aber das ist okay. Du stehst ja auch eher auf Kitsch, habe ich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das finde ich jetzt noch nicht so kreativ. Aber für die Farbe hast du das so sehr kräftig. Aber das ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Ich mache halt die Farbe, die ich kräftig mache. Das habe ich so ein wenig gelernt von 500 Pics. Ja. An der Seite, die sind extrem farbig. Ja. Und im Druck gehen dann die Farbe ein wenig verloren. Dann hole ich die Farbe eher ein wenig heraus. Ja, wo? Ja und ich meine, in den letzten drei, vier Jahren haben wir jetzt fast 20'000 Postkarten verkauft. Okay, cool. Das hätte ich nie gedacht, oder? Am Anfang war es auch wieder so ein Projekt. Oder machen wir mal Postkarten. Ja, aber du machst natürlich auch irgendwann Bilder von einer Stadt. Dass man dann auch Postkarten... Wobei ist Postkarten noch ein Business? Also offensichtlich schon. Ja. Aber ich kenne nicht mehr viele Leute, die dafür ihre Postkarten schreiben. Man kommt auch nicht mehr so eine Postkarte rüber. Man schickt irgendwie ein Foto per Instagram oder per Facebook. Ja, ich freue mich auch, wer die Postkarten kauft. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auch noch mit Leuten auch schon geredet. Ich habe das Gefühl, dass sie kaufen das noch hängt am Kühlschrank, oder? Ja. Ja, es ist natürlich auch ein Zeitdokument von einer Stadt. Und von dem her ist es natürlich auch spannend, eben immer weiter zu fotografieren und sich die Entwicklung der Stadt zu zeigen. Mhm. Sehr schönes Bild von oben runter. Ist das irgendein Radberg, oder? Ja, genau. Vorher dran. Ja. Ja. Das ist einfach immer interessant. Wenn ich dann in der Stadt unten bin, dann sieht man die Stimmung nicht. Mhm. Ja. Aber es ist auch schön und gesund, sich zu bewegen. Das stimmt. Das ist ja. Ja. Das ist auch der perfekte Job für jemanden, der zu wenig Bewegung hat, um in der Stadt rumzulaufen. Also jeder, der irgendwo in der Stadt wohnt, probiert das einmal aus. Es kann auch ein 365 Projekt sein, dass man sich einfach so ein wenig darum kümmert, Alltagsbild machen. Oder Alltagsfiffbild, musst du nicht alles publizieren. Ja, das ist auch so eins von meinen Ideen, dass ich auf der Pitch of the day, habe ich das Gefühl, jetzt habe ich ein Bild gemacht, das passt, dann höre ich auf, dann gehe ich wieder heim. Ah. Ja. Das ist schon eins von meinen Zielen, dass ich einfach dann sage, ich würde jetzt einfach ein gutes Foto machen pro Tag. Und wenn du auch schon abgedruckt hast, jetzt ist es gut, jetzt kann ich heim. Ja. Und wenn du kein gutes hast, dann machst du einfach bis... Ja, dann mache ich am nächsten Tag, probiere ich nochmal das Foto zu machen. Ja, aber hast du Druck, zum Alltagsbild zu publizieren? Nein, überhaupt nicht. Jetzt gerade im Moment habe ich ein wenig mehr Zeit. Da könnte ich zwei Fotos noch posten pro Tag. Jawohl. Und ja, das ist die Druckhalle nicht, das ist an mir so... Ist freiwillig. Ist freiwillig, ja. Aber wenn du über 10'000 Follower auf Facebook hast, also mir ist es so gegangen, habe ich das Gefühl, ich will in den Alltag ein Bild gesehen, und für das folgen die mir. Ja. Und es ist dann auch irgendwann zu viel geworden und man kann sagen, ich fotografiere auch nicht für dich, ich hätte auch für mich fotografiert. Das ist eine Schwierigkeit. Ja. Aber wenn du genug Bilder hast, dann kannst du es ja... kannst du es auch steuern, kannst du es auch vorplanen und siehst dann, wie viel das noch hast. Also jetzt zum Beispiel im Winter. Ja, Schnee ist halt relativ selten in den letzten Jahren. Stimmt. Wobei, dass wir irgendwann noch ein Zeitdokument ziehen, man kann sagen, dort hätte es noch Schnee gehabt, in Winterthur. Ja, also wenn der Schnee kommt, dann ist die Ausnahmesituation, dann bin ich eigentlich am Abend im Viertel. weil das ist so selten in den letzten Jahren, dass es so ein bisschen Schnee... Stimmt, das ist bei uns aber auch so. ...Schneebilder gegeben hat. Aber es macht mega Spass mit Schnee. Also... Es ist ja alles ganz anders, es ist einfach viel heller und viel mehr weiss, und man muss schauen, was... Ja. Es ist schon... Also ich denke, eben Jahreszeiten machen es dann auch noch aus. Theoretisch könntest du ja jede... Ja. ...Jeder Jahreszeit am gleichen Ort ein Bild machen, und nachher das sogar als Vier... ...machst du sicher auch, oder? Nein, aber das wäre jetzt auch noch so... Ja, das wäre auch noch eine Idee, ja. Das ergibt noch so viele Sachen, die ich finde. Ja, eben. Also Sachen, die über Zeit funktionieren. Also eine Serie, die über Zeit funktionieren, oder wenn irgendjemand weisst, wenn man anfängt zu bauen, dann gehst du hin, bevor es anfängt zu bauen. Mhm. Während dem Bau, nach dem Bau, oder so. Wenn man über die Zeit dann schon sehr viel Interessants. Es gibt eigentlich unendliche Möglichkeiten. Ja, wenn es einem nicht langweilt, oder wenn man es irgendwie objektiver betrachten kann, als einfach nur seine eigenen Stadtfotos, sondern versucht, so verschiedene kleine Projekte zu machen daraus. Ja. Ich glaube schon, dass das spannend ist. Eben, ich denke, ich fange so etwas jetzt einmal an bei mir. Einfach mal zum... Es ist ja kein Aufwand, es kostet mich ja nichts. Ich kann einfach einen Instagram-Account machen und loslassen. Mal schauen. Du machst jeden Morgen um 7 Uhr einen Facebook-Post, habe ich gesehen. Mhm. Wieso um 7 Uhr? Weil alle dann auf sind, oder wie du dann auf bist? Ja, ich denke immer, ich denke immer, ja, an was hätte ich jetzt Freude, wenn ich morgen aufstehe. Die meisten gehen mal am Computer oder am Handy, die schauen mal die Posts durch. Dann hast du so, ja, hast du so ein Foto am Morgen, das kannst du anschauen, von Winter durch. Ja, ich finde es noch schön, aber heute, jetzt kannst du ja das Foto nehmen vor und posten. Das ist noch ein Vorteil, da muss ich nicht immer um 7 Uhr. Immer um 7 Uhr aufstehen. Ja, um 7 Uhr, ja. Ich stehe schon um 7 Uhr, vor um 7 Uhr, aber am Morgen ist immer ein bisschen stressig. Ja, klar. Nein, das kannst du ja am Abend vorposten, das ist ja kein Problem. Wie ist es mit deinen Followern? Weisst du, sind die Leute vorwiegend aus Winterthur oder hat es auch Leute, die von ausserhalb der Schweiz sind? Ja, ab und zu schaue ich mal Statistiker an. Also relativ viel von Winterthur ist klar. Logisch natürlich, das ist genau das Thema. Genau, und dann hat es aber auch Zürcher dabei. Und dann geht es natürlich durch, aber bis ins Ausland. Manchmal sind es so, danke für das Heimweg eben. Eben, kann natürlich sein wie jemand, der weggezogen ist. Das ist natürlich auch spannend. Also so gesehen, ist das schon noch ein Thema, das die Leute wahrscheinlich auch bewegt. Ich habe einen Kollegen, der mit mir in der Primarschule ist, den haben wir uns lange nicht gesehen und plötzlich gesehen, dass er anfängt zu fotografieren. Im Zug gesehen, so ein Sonnenuntergang regelmässig. Das habe ich total cool gefunden, weil ich kenne ja eigentlich die Szenerie und durch das, dass man es von einem anderen Blickwinkel sieht, ist das schon immer interessant. Ich kenne ja nicht mehr von Sonnenuntergang fotografieren, aber es ist immer spannend zu schauen, was der so gesehen hat, das Zug. Der macht auch etwas Ähnliches. Jawohl, immer noch Schnee. Ja, das ist wieder eins von den seltenen Schnee. Das ist eher vom Hügel, aber... Ja, ja, Rosengarten heisst das. Jawohl. Ja, da bin ich ja selber überrascht gewesen, in den zwei Bäumen, dass das so gut ausgesehen wird. Und daran einen oder einen fotografiert. Genau, ja. Die Person ist dort zufälligerweise gestanden. Ja, klar. Das macht schon noch ein bisschen, also ohne die Person weise, jetzt auch wieder eine ganz andere Geschichte, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mir schon wichtig. Also am Anfang habe ich eben, wie gesagt, einfach den Floss fotografiert. Mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist interessanter, wenn noch Menschen drauf sind. Was mir jetzt auffällt, du hast immer das Postkartenformat, das ist fast vorgegeben. Also du könntest nicht das Quadrat... Machst du quadratische oder 16 zu 9? Nein, da bin ich eher so ein bisschen alte Schule. Aha. Als Grafiker hätte ich ein bisschen fest. Ja, 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 ja. Ich bin eigentlich wenig beschneiden. Ja, ja. Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, als wir es gesehen haben, hast du mir eine Postkarte gegeben, habe ich das ausgewählt. Das finde ich sehr spannend. Das ist dort im Sulzer Areal. Ja, genau. Gibt es das eigentlich noch dort, oder? Ja, genau. Das, was man jetzt da drauf sieht, das gibt es noch. Es hat jetzt weiter vorne ein neues Gebäude gegeben. Aber sonst ist noch alles gleich, ja. Die Halle haben es stark gelassen. Okay, das ist so. Auf der einen Seite ist noch ein Parkhaus in so einer Halle. Dort haben wir noch ein Fotoshooting gemacht. Ja, auf der einen Seite ist das Parkhaus und links sind die Gebäude, wo wir wohnen. Ja, und vom Licht her, der Sensor hat sowieso Weihre. Da bin ich im Winter fotografiert, da bin ich dort reingestanden. Ja, ja. Da hatte es schon Schnee. Es ist nur etwas so tief. Ja, ja. Aber sie ist zu wenig. Da bin ich irgendwie mit dem Fuss im Wasser, weil du hast nicht so genau gesehen, wo das Wasser ist und wo nicht. Dumm gegangen. Ja, drei Stunden bin ich jetzt noch nie. Ja, nicht extra. Aber es ist, ja, sehr schönes. Also es ist einfach so von der Farbe her. Aber ist es wirklich so farbig oder ist es? Ich hatte letztes Mal schon gefragt. Aber du trägst halt am Farbregen. Aber es… Ja, ich sehe es. Weisst du, es ist so, wie ich es sehe oder wie ich es erlebe, ich versuche das im Photoshop dann wieder zu… Jawohl. Also ich habe es so erlebt. Und die Spiegelung hat mich interessiert, das Licht, die Farbe. Es ist schon ein bisschen übersteuernd, manchmal übertrieben. Ja, aber ich habe das Gefühl, du hast das schon intensiver geworden. Nein, also die Farbe. Und wo du auf der Kamera, das ist wie wenn irgendwie der Mond oder irgendein Stimmgefoto gefällt, das kannst du mit der Kamera manchmal gar nicht festhalten. Und dann kannst du vielleicht über die Farbe kannst du es dann schon wieder ein bisschen zurückbringen. Das ist schon… Ja, man schaut ja auch das Auge. Ich denke zum Beispiel, der Fangguch, der hat die Welt auch anders gesehen. Dadurch, dass er auch gemalt hat und so intensive Farbe genommen hat, hat er natürlich jede Farbneunse in der Natur dann gesehen. Ja. Und das mache ich verstärkt. Genau. Und es ist ja nicht dein Anspruch, das Bild genau so zu machen, wie es war. Es muss einfach für dich passen. Es ist ja deine künstliche Freiheit. Beleuchtete Bäume. Ist das immer so oder ist das so ein Festival of Light? Ja, das ist so. Ab und zu, im Graben beleuchten sich die Bäume. Ich habe sie zwar in letzter Zeit nicht mehr gesehen, aber ja, da bin ich halt auch mal nach der Arbeit dran vorbei gelaufen und dann dachte ich, wow, interessant. Aber ich glaube, das Foto habe ich dann am Abend später gemacht. Also relativ wenig Leute. Das ist interessant, ja. Bist du eher am Tag oder Nacht unterwegs oder bist du? Eher am Morgen und am Abend. Ja. Wenn das Licht interessant ist. Und im Winter bist du dann? Jetzt im Moment eher in der Nacht. Also dann wird es halt schneller dunkel, ja. Aber das ist ja eigentlich ideal. Von daher ist das Wetter bei uns ideal, dass im Winter nicht so lange aufbleiben muss. Ja, ja. Wie dann im Sommer das Nachtbild, manchmal bis 10, 11, 12 Uhr warten. Das ist so. Und je nachdem, was für einen Tagesrhythmus das hast, ist relativ anstrengend. Ja. Das sehe ich auch bei mir. Ja, ich freue mich einfach, wenn sich die Stadt verändert, sie kann nicht so schnell, wie du Fotografie hast. Du machst ja pro Tag mehrere Bilder und dass das nicht langweilig wird. Das nährt mich am meisten Wunder. Wie kann man so ein Projekt machen? Weil du hast ja nicht irgendein Ziel langfristig, oder hast du ein Ziel, dass du in 5 oder 10 Jahren ein Archiv mit 10'000 Bilder haben willst. Oder dir geht es nicht? Du hast ja kein langfristiges Ziel. Du machst es einfach, wenn es dich interessiert. Mhm. Und es ist noch nie langweilig geworden? Nein, langweilig kann ich nicht sagen. Ich habe manchmal einfach keine Lust, zu fotografieren. Aber das hat jetzt nichts mit dem Objekt zu tun, sondern ich habe einfach gemerkt, wenn ich keine Lust habe, zum Fotografieren, gibt es auch keine gute Fotos. Das ist klar, dann musst du gar nicht rausgehen. Oder dann würge ich auch mal und denke, jetzt geht es gar nicht raus. Gut, dann bin ich draussen gewesen. Das ist auch gut. Aber dann merke ich, eigentlich habe ich gerade keine Lust, heute zum Fotografieren. Ja, es bringt nichts. Aber langweilig ist mir nicht, weil ich versuche dann, ich nehme ein anderes Objektiv. Jetzt im Moment bin ich so, mit einem Tilt-Shift-Objektiv bin ich. Aha, okay. Im Gebäude am Fotografieren, das ist ein ganz neues Gebiet für mich. Dass ich dann Gebäude einfach möglichst gerade und möglichst flach fotografiere. Ja, das bringt mir zu der Frage, kannst du auch Aufträge von lokalen Firmen irgendetwas gezielt zu fotografieren in Winterthur? Nachdem du ja der Spezialist bist. Ja, ich komme ja schon, ich komme ab und zu schon anfangen, aber ich bin kein Auftragsfotograf. Ich sehe mich ja als Stockfotograf. Also ich habe keine Lust, jetzt irgendwie an einen Ort zu gehen, zu dieser und dieser Zeit. Also ich mache schon Ausnahmen. Und dann dort Fotos machen, das ist mir zu aufwendig. Also ich arbeite jetzt 80-100%, das ist mir zu aufwendig. Ja, natürlich. Es ist natürlich auch wieder fremdbestimmt. Du kannst nicht das machen, was du willst. Du musst irgendwie etwas abliefern, das vielleicht nicht das ist, was du... Also wenn ich eine längere Zeit, oder wenn ich eine Periode habe, in der ich Fotos mache, ich habe mir für den Stadtbus mal intensiv stattfindig fotografiert. Aha. Aber das ist dann quasi fast über ein Jahr gegangen. Aha. Und das ist wieder interessant gewesen für mich, oder? Ja, aber auch weil es freiwillig war, oder? Und wie du das Projekt einfach rausgesucht hast, nicht einer kam und sagte, da ist 100 Franken, machen wir das Bild von diesem Haus. Ja, der Stadtbus hat einfach signalisiert, oder sie würden ab und zu ein Bild kaufen. Ah, okay. Und dann hast du aus dem Grund die Motivation gesehen, du hast frei fotografieren, und sie dann einfach öfter mal das Bild... Okay. Ja, aber dann ist es wieder etwas anderes, wenn du wirklich frei fotografieren und das kannst machen, was du willst, und die Leute nehmen es dann, weil du freiwillig das machst. Ja, und das habe ich jetzt noch interessant gefunden, den Stadtbus, als mit dem Bus zu fotografieren, was kann man da machen? Ja, da gibt es natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten, weil verschiedene Tageszeiten, in Stehen, in Bewegung, näher, weiter weg, Leute, die rein und aussteigen, von innen raus. Ja. Das ist ja drin gewesen, aber es ist... Ja, so etwas gibt natürlich schon viel her. Eine Drohne oder ein Haus? Das ist aus dem roten Turm raus, das ist aus dem obersten Stock, dort hat es ein Restaurant. Da gehe ich ab und zu mal rauf, jetzt im Moment ist es nicht so lässig, weil jetzt wäre ein Kräne da mitten in der Bahnhof. Ja. Das ist sicher immer ein Thema, dass überall immer solche Baustellen hat. Ich habe mal ein Bild von Zug gesehen und da hat einer da unten einen Kommentar geschrieben, haben alle Kräne weggestempft, weil es sonst ganz viele Kräne sind immer noch am Bauern. Also da ist kein Kommentar gekommen, also keine Antwort gekommen, aber es ist wirklich erschreckend, wie viele Kräne da oben sind. Das fällt einem gar nicht auf, als gewohnt. Jetzt hat sie da viele, ja. Also ich habe dann auch schon einen Kräne rausgestempelt, aber... Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt auch etwas von weniger, was ich dann mache. Was ist das für eine Tageszeit, weil es ist beleuchtet, aber es ist trotzdem hell? Ja, es ist jetzt gerade im Prinzip, wenn es so... Am eindunkeln ist? Am eindunkeln ist. Am eindunkeln ist. Und ja, ich habe dann einfach gemerkt, dass da immer noch Licht kommt. Ja. Spannend wäre, also aus einer Perspektive als Timelapse, wie sich das so ein bisschen... Ja, das wäre so interessant, aber das ist mir schon zu aufwendig. Eben, dass ich dachte, du hättest nicht ein Stativ aufstellen und eine halbe Stunde oder eine Stunde warten ist klar. Nein, das ist nicht meins. Also ich bin da auch ganz streng Fotograf und... Timelapse ist auch Fotografie, ja, ja. Und da gibt es ja Leute, die das viel besser können wie ich und auch viel Erfahrung haben. Ja, aber da wachst du wahrscheinlich drin, wenn du es jetzt machen willst. Ja. Also eben Drohnen und Timelapse, das interessiert mich jetzt nicht gross. Nein, natürlich, das ist... Aber spannend finde ich schon. Ja. Nein, das ist mir jetzt gerade so, es ist irgendwie, weil es so die Züge nachher raus würden fahren, so wie es am eindunkeln ist. So der typische... Das typische Motiv. Aber ja, ich weiss, dass du... Du willst... Du bist ein Sweet-Fotograf? Mhm. Einfach mehr mit einem dokumentarischen... Mhm. Genau. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über das Dokumentar. Ich habe einfach das Fotografie, was ich gesehen habe. Und äh... Ich bin extrem weit gereist, bis ich gemerkt habe, dass es echt das Zug am schönsten ist. Darum habe ich einmal darüber nachgedacht, so etwas ins Zug zu machen, weil... Ja, Zug wäre sicher. Es gäbe genug. Wie gross ist Winterthur? Ich finde, woher hat das? Also jetzt... Einiges über 100'000. Ja. Also schon grösse. Wir zugen etwa 35 wahrscheinlich. Mhm. Eben da Menschen, eher Bewegungswunsch jetzt wahrscheinlich von der Tageszeit her. Mhm. Die würde man jetzt wahrscheinlich auch mal kennen, aber ich glaube, das ist alles nicht so... Ist schon mal jemand, der vielleicht zukommt, der sich erkennt hat? Selten. Selten. Und dann hat es wahrscheinlich nicht irgendetwas Negatives, nur weil jetzt da jemand... Ja. Ja, wenn jetzt jemand... Sie hat sich schon mal jemand gemeldet, da habe ich mal drei Kinder fotografiert, aber eher von hinten, weisst du, ich passe schon ein bisschen auf. Die hat sich dann gemeldet und dann habe ich es dann gelöscht. Ja, okay. Ja, das... Aber es ist nicht so tragisch. Passiert dann halt. Das ist jetzt ein Foto, wo ich denke, ja, das ist einfach mein Anspruch, dass ich möchte, ich möchte so Schlüsselbilder machen von Winterthur, wo du sofort siehst, jetzt mit dem Schriftzug. Ich kann mit dem Schriftzug, ist das nicht klar. Und das Urza-Areal, das ist so. Also ich versuche immer so wie ein Koba-Bild zu machen. Wenn es das Magazin machen würde, das ist wie ein Koba-Bild. 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 Oh, das ist wie ein Koba-Bild. Ja. Das ist ja eigentlich genau, dass man auf dem Bild sieht, dass es in Winterthur gemacht ist. Entweder mit dem Schriftzug oder mit einem Objekt, das man kennt. Ja. Natürlich wissen nicht alle, dass es in Winterthur ist, aber die, die, die zu Hause waren, oder zu Hause sind, ein spannendes Projekt. Du hast mal das Projekt namens Fremdsehen. Ja. Also nicht Fremdgehen, sondern Fremdsehen. Genau. Das hast du mir damals schon mal erzählt. Sehr spannendes Projekt. Verzähl mal. Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es war auch wieder so ein Gedanke in meinem Kopf gewesen, was machen eigentlich die Asylbewerber in Winterthur. Und dann habe ich auch damals gedacht, ich will noch ein zweites Projekt. Das war etwa vor anderthalb Jahren. Und da habe ich mir überlegt, ja, ich möchte eigentlich mal ein Fotoprojekt machen, das so ein bisschen mehr in die soziale Bereiche geht. Aha. Und dann habe ich Leute gekannt, das habe ich zufälligerweise kennengelernt, die mit Asylbewerbern zu tun haben, also Deutschunterricht geben, gerade, also ehrenamtlich. Mhm. Und dann habe ich Kontakt mit Christa Boot aufgenommen, sie ist Ethikberaterin. Ja. Ja, aus dem heraus ist dann quasi die Idee entstanden und wir einfach gesagt, haben wir einfach ein paar Asylsuchende angefragt, ob sie mitmachen, haben ihnen eine Kamera in die Hand gedruckt. Mhm. und ihnen die Aufgabe gegeben, ihre Umgebung zu fotografieren, einfach das, was sie wollen, und das, was für sie okay ist, nicht, als wenn sie jetzt privat ist oder so, nicht, einfach so. Und haben dann uns mit zwei, drei anderen Fotografen uns ein bisschen abgewechselt und haben dann ihnen auch, wenn wir uns getroffen haben, die Fotos angeschaut, haben ihnen auch ein bisschen Tipps gegeben, wie man die Fotos verbessern kann. So sind die mit diesen Kameras, Kompaktkameras, ganz einfache, sind die dann raus und haben ihre Umgebung fotografiert und da habe ich auch Webseiten gemacht und Facebookseiten. Natürlich, dort ist jetzt so mit dem Einverständnis von den Leuten, dass wir das publizieren dürfen. Dann haben wir das Projekt gemacht, namens Fremdsinn. Hat das funktioniert, schlossendlich? Haben die das angenommen, haben die Freude gehabt, haben die mitgemacht? Ja, also zuerst haben wir mal ein Pilot gemacht, ein Pilotprojekt, mal zwei, drei ausgerucht und geschaut, ob es funktioniert. Es funktioniert, auch mit dem Deutschen ist es einigermassen gut gegangen und sie sind auch recht fleissig gewesen, natürlich unterschiedlich und es hat zum Teil auch wirkliche Talent dabei gehabt. Dann haben wir das Projekt dann ausgeweitet und jetzt haben wir vor, dass es noch ein bisschen wir in den richtigen Kurs, also wenn wir einen Fotokurs geben, weiter zu machen. Ja, aber es hat mich oft interessiert und das Resultat ist eigentlich, hat mich auch noch überrascht, dass teilweise recht gute Fotos haben, ein bisschen Einblicke in das Leben. Ja, es ist ja nicht ganz klar, was daraus rauskommt, ja. Im Grunde es ist auch ein Integrationsprojekt gewesen. Ja, natürlich. Wie sieht deine Weiterprojekte aus dem Winterthur? Mit Winterthur, ich habe gesehen, du hast auch ZüriPix. ZüriPix habe ich auch noch. Hast du überhaupt Zeit um das zu machen? Nein, zu wenige Momente. Es ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Aber ich habe ja, für mich ist Fotografieren also wie ein zweites Standbein. Weil ich habe jetzt zweimal erlebt, dass ich schon als viermal Konkurs gegangen ist, wo ich gearbeitet habe. dass ich dann nicht gerade dem Lehrer da stehe, wenn ich dann wieder einen neuen Job finde. Aha. Das ist für mich wie ein zweites Standbein. Und wenn jetzt so etwas passieren, könnte ich sofort rauf fahren. Dann könnte ich auf Züri wieder in Züri runtergrafieren. Ich könnte, Winterthur, habe ich einen Haufen Ideen, was ich machen könnte. Ja, und vielleicht noch ein drittes Projekt. Ja, verratest du uns ein paar Ideen, was du noch machen möchtest? Oder ist es geheim? Ja, geheim nicht, aber... Es macht dann jemand das Gleiche wahrscheinlich. Ja, ja. Also eine Idee wäre jetzt, also das ist jetzt eine banale Idee, aber es geht wieder ein bisschen mehr über Dokumentation. Eine Idee wäre zum Beispiel Brunnen fotografieren. Alle Brunnen. Jawohl. Also viel mehr so Dokumentation. Aha, also gewisse Objekte. Ja. Ja, wie schlussendlich, wenn es um Dokumentation geht und das langfristig konservieren möchte, sag ich mal, dann kannst du natürlich schon anfangen Objekte und die dann irgendwie einfach ablegen und irgendwann sind die Leute froh, wenn es das gibt. Ja, und dann natürlich... Ja, ich meine, im Bereich Reportage rein, oder, dass ich vielleicht irgendwie ein Projekt wie Wintertour anfragen kann. Ich bin ja einmal reinkommen, kann ich eine Fotoreportage machen. Ja, gewisse Läden, oder Leute, die irgendeinen Job haben, oder irgendeinen Business haben, alte eingesessene. Ja, da ist es natürlich fast endlos. Kennen die Leute auf... Kennst du durch das mehr Leute wieder, wenn du immer unterwegs bist, oder bist du relativ anonym unterwegs? Ich bin immer noch relativ anonym unterwegs, aber mein Netzwerk ist natürlich jetzt viel grösser geworden. Natürlich. Ich kenne recht viele Fotografen in Wintertour und... Ja, Leute, die ähnliche Themen haben. Und das ist noch schön, da kann ich auch das Netzwerk aber ich habe jederzeit. Ja... Wie hat sich dein Leben verändert auf die Fotografie? Ja, ich habe natürlich früher schon kreative Sachen gemacht, das ist jetzt einfach wie ein neues Hobby, aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt bei dem Hobby echt zuhause. Aha. Und ähm... Ja, wenn ich fotografiere, ist das so ein bisschen für mich wie Ferien. Ja, es ist halt einfach Entspannung und Erholung und so ein bisschen der Kopf frei. Ja, und da kann ich sagen, ich habe jetzt einfach viel mehr Ferien. Oder einfach zuhause unterwegs, wenn ich unterwegs bin. Ja, aber dich reizt nicht an ein anderes Ort hier zu fotografieren? Überhaupt nicht, nein. Aber das finde ich echt cool, also jeder, der sagt, ja, wenn ich jetzt ein Foto anfangen zu fotografieren, dann muss ich irgendwie, der sollte ich, was weiss ich, hier reisen. Das stimmt gar nicht. Klar, wenn du jetzt vom Land aussen wohnst, aber auch hier könntest du nicht viel machen. Es ist einfach mehr so ein bisschen ein Schalter, wo man es rumtut und sagt, jetzt tue ich das fotografieren dort, wo ich lebe. Ja, ich brauche so wie ein Konzept, oder ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt zum Beispiel an einem Fluss entlang Foto machen, das hätte es auch schon gegeben. Natürlich hätte es es schon gegeben, aber ich habe es schon gegeben. Ich brauche einfach ein Konzept, ich brauche eine Idee, oder? Ich will nicht einfach herumreisen und dann das Land und die Leute fotografieren, das ist mir dann zu offen. Natürlich, ja. Von dem hast du dein Thema natürlich klar formuliert und ich glaube, das funktioniert dann gut. Ich freue mich einfach, ja, ob das, wenn du das jetzt noch 10, 20 Jahre machen kannst, ist das natürlich super, dann kannst du irgendwann ein Buch machen, was weiss ich. Und die Relevanz kommt dann erst in 20 oder 30 Jahren. Das ist ja das, was eigentlich dann das Interessante ist, wenn sich einmal viel verändert hat, wo man zurückgehen kann und sagen, Roger hat das fotografiert. Heute ist die Relevanz, da lachen vielleicht ein paar darüber und sagen, das ist doch nicht lustig, aber ich glaube, wenn du das lange genug machst, dann sind sehr viele Leute froh um die Bilder. in der Stadt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch schon gemerkt, es hat sich schon einiges in den 5, 6 Jahren verändert im Stadtbild. Denke ich schon, ja. Natürlich weiss man wohin, dass es geht, aber in so einer Stadt wie Winterthur wird noch extrem wach. Es ist ja noch, es ist eine sehr attraktive Stadt. Ja, es läuft einiges, ja. Es ist auch viel Herzblut jetzt in dem Projekt. Ich habe die Stadt gern. Und ja, es freut mich selber, dass ich da so immer wieder Bilder machen kann, die passen. Sehr gut. Das Telefon ruft. Es kommt mir nichts an. Danke vielmal. Danke, dass ich heute kam. Wir sollten mal ein Foto feiern. Komm mal auf Winterthur. Super. Gut. Tschüss zusammen. Tschau zusammen.